Servus Leute und ein herzliches Willkommen zur zweiten Episode von Batman The Telltale Series. Wir spielen die Kinder von Arkham und ich muss sagen ich freue mich schon total drauf. Los geht's! 2. Shade A revolution is knocking on Gotham's door. Wenn das whole thing start, make sure you're on the right side. Mr. Wayne, danke für uns zu öffnen. Wir werden uns in Gotham verändern. Harvey Dent, Gotham's nächste Mayor, und sicher zu wissen, dass du. Vicky Vale, nicht interessiert, und Reporter für die Gotham Gazette. Carmine Falcone? Ist die Dent-Kampagne solicitiert die Verteidigung von Gotham's größten Crime-Familie? Das war voll gemein von ihr. Voll die füße Lache. Ja, mit dem Auge. Ein Traum. Aber wahrscheinlich... Wahrscheinlich hätte es uns nicht anerkannt, dass wir Batman sind. Ich hätte die Pfeife kümmern müssen. Ben? Falcone's Kallungkarte. Die Chemikalien. Wo sind sie? Wir sind alle in den Kratzen, nicht wahr? Scheiße, weh man. Hat auch verdient. Es ist... Wobei die uns da total missverstanden holen. Ja, ich glaube aber nicht, dass er tot ist. Eigentlich hoffe ich schon, dass er stirbt, aber das glaube ich kann vom Spiel her gar nicht sein. Ja, ich fände es halt komisch, weil... Wenn das jetzt so denn echt passieren würde... Ja, nee, aber Batman killt ja keine Menschen. Ja, der schon, aber in dieser Situation haben wir ja eigentlich die Wahl gehabt, von dem her. Geht schon mal spannend los. Ich finde es durch den Rückblick immer mega informativ, weil du dann weißt, was halt das letzte Mal passiert ist. Ist aber ganz wichtig, ja. Ja, finde ich auch. Dann bist du gleich wieder drin. Deine Entscheidungen bestimmen dir im Verlauf dieser Spielereihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. 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 Nur du jetzt, Master Bruce. Ich dachte, ich könnte dich hier finden. Die News war... ...unsetting. ...for uns beide. Aber du solltest das sehen. Ich bin bei meiner Familie her, du hast das vor mir versteckt. Ich würde auch sagen. Ja. Tell me, all of this is a lie. Ich wünsche mir, ich könnte. Ich wünsche mir, dass ich nicht die Engels in Gotham bin, Bruce. Vielleicht sind sie nie. Ich bin bei dieser Zeit für ungefähr zwei Jahre alt. Ich wünsche mir, dass es nie kommen würde. Vergiss die Papers. Ich will es von dir hören. Die Wahrheit ist, sie waren Billionärer, Bruce. Du kannst nicht diesen typischen Geld haben, ohne bestimmte moralische Kompromisse zu machen. Boah, das ist schwierig. Ich würde nix sagen. Ich finde die Antworten nicht korrekt. Ich finde die Antworten nicht korrekt. In seiner Situation ist es aber schwierig. Thomas war ein guter Mann in vielen Fällen. Ganz maler Geschäftsmann. Aber mich nervt es jetzt eigentlich schon wieder, dass man bei diesen Quicktime-Events, so nenne ich die jetzt mal, dass man da eigentlich nicht genügend Zeit hat. Dass man sich das zumindest einmal kurz richtig durchliest und kurz darüber nachdenkt. Ja. Und ich bin der Letzte, der davon erfährt. Hicks? Oh, hätte ich genommen. Falcone. Die Papers, die waren die Wahrheit. Jeder wusste über das, aber ich. Ich weiß, dass es viel zu nehmen muss. Ich möchte, dass ich meine Kasteln bereit hatte. Ich konnte nicht mehr mit deinem Vater sein. Aber dann, sie wurden getötet, und du warst alle allein. Und ich konnte nicht aus der Tür. Alles, was ich getan habe, alles, was ich immer getan habe, war aus Liebe für dich. Ich hoffe, dass du mich entschuldigen kannst. Wir sind immer noch eine Familie. Hm, okay. Wie kann ich das gegen dich halten? Du bist alles, was ich habe, Alfred. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Das ist die erste Mal, dass ich hier zurückgekehrt habe. Das ist die erste Mal, dass ich hier zurückgekehrt habe. Thomas Wayne? Thomas Wayne. Er war einfach zu sehr gut mitgeteilt. Zu, zu groß. Jetzt. Da war er es. Ich muss mich sagen. Er hätte Feinde gehabt, ja. Wenn mein Vater so tief in crime gewesen wäre, hätte er mitgebracht. Nun, das ist eine faire Assumption. Du denkst nicht. Du hast immer gesagt, dass es ein einfaches Muggen war. In 20 Jahren, du hast nie wunderviert von dieser Geschichte. Ich kann mich auf jeden Moment der Nacht im Vivid Detail. Aber vielleicht ist das falsch. Manchmal blockieren wir Dinge, die wir nicht wollen. Vielleicht war es ein Detail, das ich überraschte. Das war wirklich super. Diese Kleinigkeit war echt toll. Ungefähr eine Minute davor ist der Bruce zwischen der Frame hin und her gesprungen. Es war nicht flüssig. Es ist mir gar nicht aufgefallen. Es war so ein kurzer Delay oder ein kurzer Lag. Da dachte ich mir, Gott, was ist das jetzt schon wieder für eine Grafik. Aber dann im nächsten Moment mit den Regentropfen. Das haben wir eigentlich recht gut gefahren. Das ist immer so. Aber es ist immer so in diesem Comic-Look, dass man da nicht mit recht einfachen Mitteln eine sehr, sehr gute Grafik erzielen kann. Auf jeden Fall. Im Hintergrund siehst du da der Zweikampf zwischen Dent und Hill und Bürgermeisterschaft. Aber schauen wir uns erst mal das Graffiti an. Jetzt kriegt er immer solche Flashbacks, wie dann wirklich passiert ist. Er wollte nur uns schützen. Er dachte, er sei invincible. Sadly, er war falsch. Ich kann mich auch nicht als Kriminell vorstellen. Ich kann ihn nur nicht als Kriminell vorstellen. Ich kann ihn nur nicht als Kriminell vorstellen. Nicht das, was ich mit beschäftige. In diesem Moment war er einfach dein Vater. Ich weiß nicht, ob man sowas jemals verarbeitet hat. Ich weiß nicht, ob man sowas jemals verarbeitet hat. Also ich würde ihn fragen, warum. Ja. Ich möchte ihm nur eine Frage fragen. Warum? Meine Eltern hätten ihm nichts gegeben. Warum würde er sie einfach schützen? Er war in der Gefängnis zu sterben. Keiner schützt für Joe Chill, Bruce. Ich liebe diesen Film. Ich habe viele Male in diesem Theater gesehen. Wie lange spielte er da? Erst mal die Worte schlägt. Erst mal die Worte schlägt. Haha. Der klassisches Schnauzer. Das sieht gut aus in den Pfützen. Ja. 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 Ich will wirklich wissen. Wahrscheinlich war er der Killer seines Vaters. Flotswist. Ich glaube, dass du dich dann mit der Zeit einfach gar nicht mehr daran erinnern kannst. Es war ein traumatisches Erlebnis von dem her. Was? Was können wir jetzt machen? Okay. Er schießt jetzt auf dich. Was kann ich nichts tun? Ah, ich kann weiter. Geh weiter. Ich muss mein... Okay. Bruce. Bruce. Bleib zurück. Bleib zurück. Bleib zurück. Bleib zurück. Bleib, was du willst. Bleib, was du willst. Ich habe das Personal. Just Business. Sie sagten mir, du hättest es gekommen. Du... Du musst das nicht machen. Das dachte ich mir aber gleich, dass das irgendwas geschäftliches war. Ja, wenn er das schon so sagt. Ja, dass er im Auftrag von irgendjemandem das machen muss oder machen soll. Das ist schon hart. Aber direkt ins Auge. Das Beweisstück, dass er sie umgebracht hat. Das Beweisstück, dass er sie umgebracht hat. Bruce, bist du okay? Es war kein Mugger. Sie wurden verabschiedet. Und Carmine Falcone weiß warum. Entschuldigung. Ich glaube, das ist wirklich komplett anders als... 20 Gamerscore. ...als es im Film... ...in der Filmreihe von Christopher Nolan gemacht ist. Da hat es mit Carmine Falcone überhaupt nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf den Comics basiert oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall komplett anders als in den Filmen. Finde ich aber auch gut. Ich hätte gesagt, dass das eigentlich eine unabhängige Erzählung ist. Finde ich gut, weil sonst ist es immer wieder dasselbe. Ja. Finde ich auch nicht schlecht, dass er halt den Superhelden, dem wo eigentlich... ...die Story eh schon jeder kennt, immer ein bisschen abwendet, damit es spannend bleibt. Ich würde B sagen. Niemand muss davon erfahren. Ich würde A sagen. Ich würde A sagen. Ich weiß nicht, was ich mich selbst inbekommen. Das ist eine persönliche Sache, Harvey. Finde ich gut, wenn wir noch ein bisschen Geheimnis für uns sind. Glaube ich auch. Ich will keine Reden, die von meinem Gespräch mit Hill entfernen. Dent, Mr. Wayne, willkommen zur GCPD. Danke, Lieutenant. Normalerweise lassen wir dich nie in, Falcone, aber... ...aber es wäre schön, einen DA in deinem Kopf zu haben, Mr. Wayne. Binde die Regeln, wenn du es brauchst. Ich würde B sagen. Alles ist cool gemacht. Ich habe herausgefunden, dass das irregulär ist, Lieutenant. Ich würde nicht fragen, ob es eine andere Art wäre. Ich bin für ihn, Gordon. Fass mich, er ist einer der guten Leute. Ein guter Leute, der immer bekommt, was sie wollen. In meinem Buch gibt es keine solche Sache. Ich liebe sie. Sie schaut komisch aus. Ich fand sie schaut mega komisch aus. Auf jeden Fall sind wir ein paar Supporter. Man hat Falcone in die Infirmary gelegt. Batman hat ihn praktisch in der Hälfte gelegt. Er hat uns viel in der Vergangenheit geholfen. Aber wenn du mich fragst, ist er aus Kontrolle. Ich würde nichts sagen. Wir müssen es nicht kommentieren. Wie verwinkelt es sich. Ein Riesengewäude. Mit fünf Mauern. Und drei Gängen. Und lauter Menschen mit zu viel Haargel. Wie verwinkelt es sich. Und Mützen. Episode 2. So. Ach, ist doch gar nicht so schlimm. Oh. Kinder von Arkham. Hat er die Narbe davor schon gehabt? The hell? Bruce Wayne. You must have some clout. My own wife can't get in to see me. Good thing I'll be out of here in a week. It's like a mausoleum in here. We need to talk, Falcone. You weren't so eager the last time we met. But then, I knew you'd come around. Especially after the press got their teeth in here. You're your father's son. Yeah, that's right. Had ich nicht gedacht. Tommy and I were close. More than friends. More like cousins. Going back decades. Yeah, you can do it. Until you sent Joe Chill to kill him. Ah, so that's what this is really about it. The pop diggin up a 20-year-old killer. Two killings. And they were never forgotten. You and me. We're practically family. I thought you'd figure that out by now. Hey, I tried to get through to your dance party. Maybe I should have spelled that out. Maybe I should have spelled that out. Maybe I should have spelled that out. I got a whole closet full of birthday presents. I was never able to give you. So damn shame you asked me. Can you tell me a story about our big happy family? There it is. Now I got you hooked. Your father. Hill. And me. We were in this city. Still do. God damn this pain. Can't think through it. Morphine's on the side there. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh? Machen wir nicht. Sicherheit nicht. Nein! Hör auf! Was macht er jetzt? Tu's nicht. Tu's nicht. In Hals. Ihn leiden lassen. Ah. Ihn leiden lassen. Der schnaupt aber ganz schön, der Gute. Ähm. Erstmal gucken, wo hier A und X ist. Und E und Ups. Okay. Ah! Ah, jetzt hab ich schon gedacht. Oh. Du bist nicht hier, um dich zu beschäftigen. Du verdienst, um zu töten, was du getan hast. Natürlich. Du wirst niemals wissen die Wahrheit. Wie viel von deinem alten Mann ist in dir? Ah. Was für ein Kind hat er gemacht? Ich bin kein Mörderer, Falcone. Unlike dir. Ich bin kein Mörderer. Ja. Ja. Das ist das, warum du in der Schmache bist. Du liebst dich, du weißt. Du hast alles für dich. Du schaffst ihn selbst. Aber wenn du auf den Schmache bist, dein Vater war mehr wertvoller als uns. Er hatte eine Verkaufung, du weißt? Nein. Aber noch nicht. Er hat uns alle künstler. Er hat dich. Er hat dich. Einige Leute haben einfach das Gefühl. Er war einer der größten Mann, die ich noch nie wusste. Was? Bis sie getötetet. Du hast einen Assassinen für ihn rausgelegt. Du glaubst wirklich, dass ich den Schmache befestigte? Ich habe sicher gearbeitet mit Joe Chill von Zeit zu Zeit. Ich habe einen Button auf jemanden und er wird ihn rausgelegt. Aber ich habe das niemals auf die Schmache gelegt. Also, wer das? Du kannst nicht auf jemanden in Gotham. Least von allen, die du kaltest, die du kaltest. Deine Eltern lernen das... Was? Sie warten für dich in Höhe! Sie haben einen Kali, oder? Der Scheiße musste sterben. Warum hat sie das getan? Die hat sie an Kali genommen, oder? Ja, ja. Hände in den Luft! Steine runter! Geh einen Doktor! Sechere diesen Platz! Keine Person in oder raus! Geh! Geh! Das war jetzt ne... Wenn du die... Habe ich jetzt... Nicht vorausgesehen. Ich fand das war... Ich habe mich voll erschrocken. Ich fand das war jetzt ne richtige Teraflop. Teraflop. Das war ein gutes Wort. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020